Mein Name ist Hans-Joachim Bottasdorf. Ich bin vom Beruf Erfinder. Das ist die eine Firma und die andere Firma, das ist eine GmbH, die Repa Bottasdorf GmbH aus Brohl. Die stellt Anlagen her, insbesondere zum Rezyklieren von Fahrzeugstoffen, aber auch aus Verbunden, zum Beispiel Vinyltapeten. Und wir haben also eine Erfindung in der Form umgesetzt, bieten auch an meinem Markt, um solche Vinyltapeten sowohl Postkonsumer, natürlich auch gerne als Präkonsumer, aufzuarbeiten. Das heißt, wir nehmen mal die Präkonsumer Vinyltapetenabfälle auf, wir trennen das Vinyl von dem Fahrzeugstoff und aus diesem Vinyl, sprich PVC, werden zum Beispiel Bodenplatten hergestellt.